Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Formel 1 2018 auf Japan mit Dodo und Chris zum zweiten Mal Einführungsrunde Da kommen keine Worte mehr von euch Natürlich Och Alonso Du Huren Und täglich grüßt das Murmeltier, Alonso Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Formel 1 2018 auf Japan mit Dodo und Chris zum zweiten Mal Einführungsrunde Da kommen keine Worte mehr von euch Natürlich Och Alonso Du Huren Und täglich grüßt das Murmeltier, Alonso Erstmal alle Tasten gedrückt Jo, warum bin ich denn so langsam? Alles klar Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Alles klar Ich weiß auch noch nicht, wo ich durchkomme, Alex Ich habe auch schon den Reifenstupser gerade gehabt Ich habe einen gelben Frontflügel Alex, ich bin hinter dir, es gibt Gas Meider längst Boah, das war knapp, Junge Auch Ericsson Ich habe dich angestuppt Nee, das war Ericsson Der mich blockiert hat am rechten Vorderreifen Also Vorderreifen, ja das war ich nicht Er macht natürlich wieder komplette halbe Schrägstellung, Alter Auf Ganz krasse Diva Ich hole ein bisschen Wiese mit Genau Alex, war das dein Frontflügel? Alex, du hast den gerade zerstört Ich habe gar nichts gemacht Das war Crochon denn? Ja, Crochon bleibt aber da hinten in der Kurve stehen Der gute alte Crochon Der gute alte Crochon war hinter euch Ey, vor uns Vor euch, okay Ja, ja, Alex hat ihn dann in die Wand gefahren Und dann hat er sich nicht mehr auf den Weg Ah, ja Da bin ich ein bisschen aufs Kies gekommen Hoppala Ich habe mich fast gedreht Und meine Augenbraue juckt Ein Kratzer Nee, ich kann nicht Ich bin hier gerade mit einem Stopp Hau ihn raus Ich hau ihn weg für Stopp Ein härter eingestellt ist Sobald ich den ein bisschen bewege Bewegt sich das auch Das hast du mir raten Du nimmst doch den Switch-Controller Aber hast du einen Fall drum gehalten Das kann sein Das heißt, wenn du nach links Längste nach rechts Ach, Mann Deutsch, Alter Knoten in der Zunge Links, längste nach rechts Deutsch, ey Schwere Sprache Ah, Mann Irgendwie komme ich auf die Strecke So, gar nicht klar Ich auch gerade nicht Aber ich bin jetzt neunter Verpiss dich, Alonso Blick her Ja, Verstappen, Junge Danke Verstappen hat mich rausgedreht Bist kaputt? Achtung, Achtung Nee Ich bin jetzt fünfter wegen dem Hol doch Ich bin auch nur vier Plätze hinter dir Ich dräng dich auch weiter nach außen Ist dir wurscht? Du überholst mich nicht, du Stück Scheiße Habe ich gerade gemacht Ich glaube, der hat seinen Frontflügel verloren Ich habe aber auch keine Strafe dafür gekriegt Gut Oh, das ist seins Lass es seins Oh, die Strecke ist seins Wie unerlaubt das Überholmanöver Alles klar, alles klar Ja, das war mein Frontflügel Alles klar, da fährt er mir hinten rein Danke, Strecke Hallo Alex Hi Chris Komm, Alda Verpiss dich doch seins Boah, ja, seins Hämmer wenn Dorn rein, du Idiot Ich dachte, ich habe ihn für dich rausgedreht Nee Wäre sogar wenn Dorn fast reingeklatscht Weil 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 seins ist voll ins Rutschen gekommen Ich nehme mit ein herzliches Dankeschön An das Team von Van Dorn Ihr seid dumm, Hohenzohne Ich kenne das Wenn da so ein paar Leute bei Mercedes Du hier seid, ey Das stinkt immer zu sehr, weil der immer so viel pupst Irgendwas lege ich denn alles raus hier Jake ist eher derjenige, der hier so viel pupst Nee, wir wollten nur die Hälfte essen Und wollten dann wieder gehen Ah ja Aber ich habe mich dann unentschieden Ich habe gesagt, ich esse deine Hälfte auch noch Beinerei Ne Oh man, oh man, oh man Ich würde noch fahren, die Box Nee Fahr an die Box Warum? Wir sind gerade ganz viele in die Box Dann lass es bleiben Deswegen Hi Chris Hallo Ich habe drei Sekunden Strafe Nice Welche Kurve hast du jetzt oder abgekürzt? Startkurve habe ich richtig abgekürzt Bin einfach geradeaus Du bist ein Vogel, Alter Oh, ich bin ja vierter Und griff wieder erter Nee, Chris ist elfter Ich bin nicht erst, ich bin die Box Oh Dankeschön, Dodo Bitte, mein Auto ist rot Ich drifte die Kurven hier ein bisschen Fahrt auf Verstappen Ich glaube, der war noch nicht in der Box Nein Alles klar Warum hier kein DRSS, Alter Ja, das frage ich mich halt auch Oh, scheiß, ich habe Gäste rausgeboxt Verwarnung Schlimm Verdient Grüne Flagge ist aber trotzdem noch Fuck, Dodo Fuck Hier ist gelbe Flagge Der schnellen Kurve ist gelbe Flagge Nee, seins ist zweiter Verstappen ist erster Hier ist einer rausgeflogen Natürlich ist Verstappen schon direkt wieder draußen, Junge Was stimmt denn mit dem Typ nicht? Da musst du halt keinen Frontflügel wechseln Was stimmt doch was mit dem Typ nicht Wie soll man denn auf Frontflügel wechseln, wenn man ständig andere Leute den zerstört? Ja, das ist eine gute Frage Gar kein Bock, seins ist hinter mir Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus Das will ich jetzt Geht's dir gut Fahrer vorne Ja, ich hab fest, ob man Ricciardo hinter mir, ne? ein bisschen schiss bin ich ehrlich ja fast ab und dreht sich auch raus wenn du zu langsam bist weil ein hurensohn ist ich habe schon bekanntschaft damit gemacht ich ja du bist vor mir boxen weg erst mal kopfhörer richten dort gas jetzt voll marktusen ist vor mir den hammer ich jetzt wahrscheinlich wieder mein freund flügel in ja ich habe noch kein körper so langsam war dort ist das gar nicht am pc gerade das schwein ist raus aber ich extra cool drift für ihn gemacht es ist ja spätestens bei der aufnahme also beim verändern ich könnte ihn so locker holen mit der ist hier gibt es wahrscheinlich nur eine ds zone und dieser start verstehe ich nicht der kurve hat man locker die ds zone machen können bis dich hütenberg aber ricardo fährt so unfassbar langsam hier in den kurven ich kann den halt auch nicht überholen weil ich den sonst wieder hinten rein fahren würde und alles klar fahrer hinter mir fahrer hinter mir wenn ich mich auch fühle mich an schweig das ist also wie treibstoff info alles da vom alder passiert obwohl ich gegen gelenkt habe das ist so ein bullshit jetzt da wirst du auch gleich bin ich wieder fünfter vom zweiten platz wir bitte neu starten nein jetzt ist vorbei da meine hände schwitzen so meine achsel sind klatschen hast sie immer eigentlich meine hände zu klatschen aus das kannst du durchgeben das marktus ein bisschen langsamer fahren soll ist das dein ernst was ein spiel hat rausgetappt und ich nehme kein gamesound mehr auf danke voicemeter installiert den scheiß ich bin gerade durch voicemeter rausgeflogen weil die jetzt eine neue funktion drinnen haben bitte schickt uns eine donation und die meldung kommt alle sieben stunden oder so habe ich nie bekommen zudeil da gab es das noch nicht das haben sie jetzt erst seit neuestem drinnen ich jetzt richtig viel pech habe kann ich verstappen überholen dann bin ich erster also diese dämliche anzeige jungen er hat mit den vierten platz gekostet ist erster platz erster platz muss ich nur noch halten ich war eigentlich verstappen rausgekommen aber das frühzeitig abgebremste huren ja gut das war es wohl mit dem zweiten platz so habe ich den ersten bild ich glaube den muss ich mal hinter der boxengasse treffen mit dem schraubenschlüssel so sieht das aus guter win diesel man dir danach ist er nur noch hausmeister an einer high school kann nur noch mit dem bus zur arbeit fahren wir wollen wir fangen an zu lenken und nicht da irgendwie auch scheiß längere darum zu spielen und zu drehen aber ein treppchen für mich ja krieg ich habe einen crash gesehen schade wunderbar wunderbar zweite rennen hinter nana hier hat er zum ende die den sound nicht aufgenommen oder sogar das ganze rennen ich weiß es nicht genau aber solange man euch hört ist das nicht so naja völlig egal auf jeden fall wünschen wir noch einen schönen tag das war es mit dieser folge mal wieder macht gut haut rein bis denn